Hallo und herzlich Willkommen bei der Steinezeit. Wir sind bei Video 182 angelangt und wir werden uns heute wieder mit der Zugstrecke beschäftigen. Nachdem wir im letzten Video ja so schön die Bucht hier fertig gemacht haben, macht es durchaus Sinn jetzt da hinten weiter zu machen und das Ganze gar zu verhübschern. Ich möchte hier die Schräge weiter bauen, die Gleichführung dazu schon mal vorbereiten bis zu den Weichen hin. Dann möchte ich hier hinten drin auch noch mal die Ecke ein bisschen schöner gestalten oder weiter bauen, und zwar mit diesen Flügelplatten und Wedgepläts. Dann werden wir auch mal in der Folge schon zwei Formsignale grob hinstellen und da dann die Frage an euch, sagt mir doch dann in den Kommentaren, ob das auch gut ist und ob das so passt, wie ich das hingestellt habe. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, es wird einiges zu tun geben. Ich fange an und halte euch dann wieder mit den Baufortschritten auf den laufenden, also bleibt dran. Wir haben einen ersten Zwischenstand und zwar habe ich jetzt wieder diese schönen dicken Platten hier, die ich in zwei Größen da habe. Einmal in 10 x 20 und einmal in 8 x 16. Grob hingelegt und die ersten auch schon verbunden mit grauen Plates, die dann wieder für den Unterbau, für die Schienen sind. Die restlichen hier, die tue ich dann gleich noch mit anbringen und verbinden. So, und dann habe ich meine ersten Schienen oben drauf gebaut, so wie ich das auch in meinem Bluebrick Plan geplant hatte und habe jetzt voller Freude festgestellt, dass hier mein R72 Radius eine Noppe zu weit heraus ist. Das heißt, ich mache jetzt hier auch noch in der Folge den inneren Kurvenradius neu, den Unterbau neu und das ganze gehört angepasst, weil es ja eine Noppe verschoben werden muss. Das heißt, da oben dann ein Abstandsstück mit einer Noppe breiter einsetzen und dann, wie gesagt, das ganze nach drüben verschieben. Ist mir leider nicht aufgefallen, als ich den ganzen Unterbau hier gemacht habe. Passiert manchmal. Ja, so schaut es momentan aus. Ich kann euch jetzt auch noch mal zeigen, dass ich hier unten schon die erste Abstufung drin habe und dann schaut es von der Steigung so aus, dass wir auf der Höhe letztendlich von hier vorne bis hierher einen Höhenunterschied pro Schiene von einer Blade haben werden. Und das ist doch relativ gering, sage ich mal, und das ist ein guter Wert. Da werden dann auch die Züge keine großen Schwierigkeiten haben. Ja, ich baue weiter, mache jetzt erstmal die Steigung hier soweit fertig und dann melde ich mich und zeige euch das wieder und dann schauen wir mal, wie wir weiter bauen. Also bleibt dran. Der Teilabschnitt hier vom Unterbau ist jetzt im Prinzip fertig erstmal soweit. Und hier vorne fehlt zwar noch ein Stück, aber auf dem Stück, was hier fehlt, kommt dann schon die Weiche und fängt hier unsere große Doppelkreuzungsweiche an, die hinkommen soll, um dann auch die Aufteilung für die Gleise zum Bahnhof hinzubekommen. Dann fehlen hier drin jetzt noch die zwei mal vier Steine, die einmal zwei Steine außen dran und die Fliesen. Das mache ich dann alles noch drauf und zeige euch, wenn das Ganze gar verhübscher ist vom Stück her. Dann schauen wir mal unten drunter. Das Ganze ist jetzt hier auch ein recht festes, stabiles Teil. Es ist schwierig, das Telefon halten und das Ganze zusammen zu bekommen und festzuhalten. Ja, und dann habe ich hier in den einzelnen Abschnitten dann eben Plates reingebaut, um dann auch die Steigung hinzubekommen und das Ganze auch noch mal einen guten Unterbau zu haben. Hier hinten habe ich dann Viererplatten hingemacht und dann habe ich hier die fehlende Lücke mit zwei mal vier Steinen gar geschlossen. Da kommt dann auch noch was oben drauf, weil eventuell möchte ich das dann auch so verhübschen, wie das hier hinten dran ist. Da schaue ich mal, wie sich das Ganze dann entwickelt beim Bauen. Ja, das Ganze kann jetzt hier grob hingestellt werden. Ist schon mal ein guter Bauabschnitt und ein guter Baufortschritt und jetzt kommt natürlich der Wermutstropfen. Hier alles abreißen und dann den Radius neu reinsetzen. Das werde ich jetzt machen und wenn das dran ist, dann melde ich mich wieder und zeige euch dann die nächsten Baufortschritte noch. Ja, ich habe jetzt die Fliesen gar drauf gemacht, das Ganze gar hübsch gemacht und ich habe jetzt noch so Weichenstücke gefunden, ist mir eingefallen. Die sind übrig von der großen Doppelkreuzungsweiche, die ich am Bahnhof habe und ich habe jetzt hier ein bisschen Grünzeug schon auch hingemacht, Fliesen drauf gemacht. Hier ist ein Stück frei, da soll noch mal ein Bahnübergang hinkommen. Und das sind jetzt so ziemlich meine letzten Blätter, die ich auch verbaut habe. Ich habe aber inzwischen schon wieder neue bestellt bei Webrick. Da vielleicht auch für euch zur Info im Link drin. Webrick hat noch bis 30.9.15% Rabatt. Ich habe da ein paar Sachen jetzt bestellt, Grünzeug und ein paar Sachen auch für die Big Boy, an der ich dann bald wieder weiterbauen möchte. Und ich hoffe, das kommt jetzt Zeit noch an. Die Unterbausachen sind hier auch fertig. Ich habe jetzt das auch abgestuft und habe dann hier immer so Bereiche mit Nobben drin, dann wieder Fliesen, dann geht es eine Stufe runter mit Nobben. So wie ich euch das jetzt hier auf der Seite im Video gezeigt habe, habe ich jetzt praktisch das hier auch gemacht. Und ich habe das dann auch auf beiden Seiten oder auf beiden Kreisen gemacht oder Radien. Ja, jetzt fehlt noch hier hinten das Ganze verhübschern. Ein bisschen noch Blades hier reinmachen und das Ganze von den Ecken ein bisschen noch rausmachen. Das machen wir jetzt noch. Und dann kommen noch die beiden Formsignale, die wir platzieren. Und wenn das Ganze dran ist, das mache ich jetzt, wie gesagt, und dann melde ich mich nochmal und dann haben wir einen finalen Stand für die Folge. Wir haben einen finalen Stand für die heutige Update-Folge und es hat sich heute wieder sehr viel getan. Es sind die Signale da. Ich habe jetzt noch hinten begrünt, ein paar Bäume hingestellt, nochmal ein bisschen näher hin, ein paar Hügel reingebaut, damit nicht alles so flach hier drin ist, damit es noch ein bisschen schöner ausschaut und ein bisschen tiefer wirkt. Und dann habe ich jetzt gar die Fliesen auf den Schienen drauf gebaut und wir gehen bis hier vorne hin. Und ihr könnt sehen, dass auch die Signale stehen. Ja, und da ist die Frage an euch, ist das so okay? Ich bin da nicht so ganz so fit. Ich habe es auch mal gelesen, Formsignal, das Vorsignal vorne hinstellen und dann geht es eben weiter dann zum Flügelsignal und das steht jetzt dann auch hier, wo dann die Weiche beginnt. Ja, sagt mir doch Bescheid in den Kommentaren, ob das so passt oder ob das noch ein bisschen anders gestellt werden muss. Ja, ansonsten nochmal zu Webrick. Es gibt eben diesen Rabattcode, der ist jetzt wahrscheinlich nur noch heute gültig. Im letzten Video war auch schon mit drin, mit den 15 Prozent, nutzt den und auch die anderen Links, wenn ihr nutzt von mir, dann habe ich auch eine Kleinigkeit davon, wäre sehr schön. Ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal dann.